... aus Holz noch irgendwie die Schilder oder so, dann... ... das wäre blöd. Also die Ressourcen zu verwenden, die er da hat. Dein neuer, fetter BMW. Nice, da freut er sich. Kevin ist totaler BMW-Liebhaber. Hallöche meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge... ...Capture... Warte, nochmal neu. Ich wollte gerade Capture the Cube sagen, ich bin gerade voll in dem Projekt drin, deswegen... ...drei. Hallöche meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge... ...Draft Attack 3. Mein Name ist Thanda und ich spiele heute zusammen mit dem Early Boy. Hallo. Und wie ihr seht, ich drehe mich ja gerade ein wenig im Kreis. Irgendwie habe ich in meiner Wohnung anscheinend schon etwas länger nicht mehr sauber gemacht... ... und es gibt übertrieben viel Dirt in meiner Wohnung. Oh Mensch, Thanda. Oh Mann. Ich komme mit dem Besen vorbei, Sekunde. So eine Scheiße. Ich glaube, dafür brauchen wir sogar schon eine Schaufel. Das muss ein komplettes Care-Unternehmen hier sein. Ja, wie ihr seht, ich wurde getrollt. Ich denke mal, dass es gestern in einem Livestream passiert ist. Ähm, und ich kriege so eine Krawatte. Also ich habe wirklich gerade einen vollen New Early Boy aufgenommen. Und dann habe ich gesehen, alles klar, bei mir ist hier, ähm, alles voll mit Dirt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst gesagt, eigentlich ist es ein Scheiß-Troll. Aber ganz ehrlich, der hat mich so abgefuckt. Eigentlich ist es ein ziemlich geiler Troll. Weil es ist so ätzend zugebaut, dass die Türen zugebaut sind, wie man hier sieht. Man ist, äh, der Keller ist komplett zugebaut, hier unten alles. Dann ist mein Lager ist zugebaut. Also ich habe mal ein bisschen abgecheckt, wie die Lager... Okay, ich hänge mega an der Treppe fest. Was geht hier gerade ab? Was geht hier gerade ab? Ich backe richtig fest. Nice. Ähm... Räum mal auf, du Pimmel. Der Keller... Wer hat das geschrieben? Anna, du hast extra eine Schaufel gekriegt dafür. Echt jetzt? Ja. Nice. Dann nehme ich die. Ich habe zwar eine Efficient-C, ähm, drei und ne, oder? Efficient-C, fünf sogar und Dingens. Aber gib mir die mal. Das ist nice. Achso, hast du den rausgelassen. Wer hat das denn? Gamers Time. Alles klar. Ah, du Wichser. Wie im Leben hat der mir eine Eisenschaufel da gelassen. Niemals. Das überbohr, geil. Endlich eine neue Schaufel. Guck mal, da will der mir die noch abziehen. Wenn du mir die Schaufel gibst, mache ich alles für dich weg. Denn, aber ich verhalte dann auch das Dirt. Nö. Was ist das für die Logik? Ich brauche selber Dirt. Ich brauche auch Dirt. Warum fahrt der wie bescheuert Dirt? Beschwert sich, er braucht selber auch Dirt, aber dann macht er sowas. Ja, der braucht Dirt, um sowas zu machen. Das ist, das ist hundertprozentig Kevin. Also das ist, so ist der. Das läuft nicht. Richtiger Troll. Okay, also ihr seht, hier ist alles schon zugebaut. Mein Lager ist komplett zugebaut worden. Hier, sehr schön. Das habe ich gerade schon gesehen. Ja, aber das Ding ist, ja. Dein Nachbar läuft hier schon wieder nackt rum. Komm mal her, hier. Das ist, hier sind Kinder anwesend. Was soll das? Guck dir das mal an hier. Komm mal hoch. Was? Dein Nachbar, guck dir das an. Der ist schon wieder nackt hier draußen unterwegs und macht dir Terror. Hier sind Kinder. Das finde ich nicht gut. Oh, Junge. Ernsthaft? Ich habe gedacht, das wäre jetzt Weißweiß gewesen, der richtig arm gerade ohne Rüstung durch die Gegend läuft oder so, weil irgendwas passiert ist. Keine Ahnung. Der hat nämlich gerade auf meine Frage nicht geantwortet. Vielleicht ist er auch AFK. Ich weiß es nicht. Gut, ähm, ja, also Leute, ich würde sagen, das schreit nach Rache, oder? Ganz ehrlich, eigentlich wollte ich ja diese Woche nicht trollen, aber ganz ehrlich, wer so eine Scheiße hier macht, den müssen wir trollen. Also ich finde, wir sollten Kevin zurücktreuen. Ich hätte ja eine richtig geile Idee für einen tollen, aber ich habe keinen Bock. Was denn? Dafür bräuchten wir so fünf Doppelkisten, Dirk. Fünf Doppelkisten? Ja, über drei Doppelkisten. Geilmäßig, hochwürdig, massiv, dein Grundstück einfach erhöhen. Nein, Quatsch, das kannst du nicht machen. Das fände ich einen perfekten Troll, das fände ich toll. Nee, aber das dauert viel zu lange. Ich will jetzt in dieser Folge, will ich dir ein bisschen trollen. Hast du eine Idee? Fällt dir irgendwas ein, so spontan? Mir fällt ein, was du damals mit Revy gemacht hast, aber ich glaube, da haben wir keinen... Was haben wir denn damals mit Revy gemacht? Was meinst du? Was hast du glaube ich mit Kevin gemacht? Ihr habt sein Haus komplett zugebaut. Ja, aber das haben wir ja letztens schon mit Weißweiß gemacht. Und Kevin hat ja noch kein richtiges Haus. Jetzt müssen wir uns irgendwas anschauen lassen. Es fängt gerade an, muss man rübergucken. Der fängt an zu bauen gerade. Ja gut, aber das ist ja noch nicht richtig fällig. Das wird jetzt noch kein großer Schicksal, das wird jetzt noch kein großer Schlag sein, wenn wir das Haus zugebaut haben. Wir bauen sein Haus einfach fertig. Wir bauen sein Haus einfach fertig. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, ein bisschen aufbörd. Oh mein Gott, mit Cobblestone, mit Cobblestone. Ja, wir bauen das irgendwie fertig. Ja, das meine ich. Lass das machen. Lass das machen. Wir sagen einfach, dann schreib mal ein Schülter. Wir sind ja in der Supporter-Woche, wir haben dir geholfen, ein Haus fertig zu bauen. Lass uns machen. Lass uns, das ist eine richtig gute Idee. Komm, pass auf, komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit. Da ist noch Dirt. Brauchst du noch Kabel? Ich habe zu Hause ganz viel Kabel zu haben. Ich habe auch mega viel Kabel. Okay. Warte, komm mit in den Keller bei mir. Warte, ich muss mir noch neue Schaufel craften. Was ist denn hier los, Alter? Ich back... Hä? Ich habe immer solche komischen Bugs hier, dass ich immer irgendwelchen unsichtbaren Blöcken feste... Ja, warte mal. Siehst du hier einen Dirtblock hier oben? Nein. Über der Tür? Nein. Dann setz da mal über die Tür einen Dirtblock hin. Jetzt ist er da, ne? Ja, ja, klar, weil ich den da hingesetzt habe. Nein, den hast du nicht. Den hast du nicht. Der ist bei dir, existiert der denn nicht mehr, aber auf dem Server war er noch da. Deswegen bist du da überdringen gebackt. Der Server hat... Nein, der hat... Ich habe wieder Schaden dadurch gekriegt. Wie kacke ist das denn? So. Hier kommt mein Dirt eben rein. Oder das Dirt. Und dann, äh, der Dirt. Und hier ist Cubblestone. Hier kannst du dir ordentlich viel Cubblestone rausnehmen. Nimm so viel du möchtest. Und dann gehen wir mal zu Kevin hin und bauen ihm jetzt sein Haus zu. Ohne Scheiß. So, oder sein Haus fertig. Guck mal, aber wir müssen das richtig ekelhaft machen, dass das so richtig hässlich ist. Den strengen wir hin. Das ist vor allen Dingen, wenn du der Bauleiter bist. Das strengen wir hin. Ich hoffe, du hast Holz dabei. Ich habe nämlich nichts. Wir bauen nämlich nach der Tür oder so. Äh, ne, ich habe kein Holz dabei. Aber ist egal. Wir müssen den Eisentöner hinstellen. Oder machen wir einen kleinen Bunker draus? Kevin's Gaming Bunker oder sowas. Ohne Scheiß. Das wird jetzt das schönste Haus ever. Komm. Komm, einfach hier die Fassade. Warte mal, Alter, der hat immer so groß gebaut. Die Frage ist, wenn man von vorne guckt, könnte das einfach ein gutes Filmset sein. Ja, ist auch so, ne? Vielleicht will der das ja machen. Vielleicht will der da irgendwelche Pornos drehen oder so. Man weiß es ja nicht. So. Irgendwelche Schmuddelfilme. Ich fange mal an. Kevin braucht noch hier eine schöne Fassade. Die muss hier weitergehen. Warte, baue erstmal den Kasten hinter seinem Haus. Kasten? Erstmal den Kasten hinter seinem Haus. Ja, dass das Haus so blockmäßig eingebaut ist. Weißt du? Moment, du willst ein komplettes Haus hinbauen oder willst du sein jetziges Haus fertig bauen? Ja, wir bauen, nein, wir bauen sein jetziges Haus, bauen wir einfach fertig. Wir machen das, wir bauen das nicht ein. Achso, ich baue hier hinten noch ein Stück. Ich baue hier hinten noch so ein schönes Wohnzimmer oder so hin. Okay. Ich hole dir noch ein paar Hühner. Ja, Juna, der muss jetzt mal bluten. Ohne Witz, ey. Das kann nicht sein. Da kriegt der einfach jetzt das schönste Haus ever. Der hat ja auch dein schönes Early Town gebaut. Warte mal, hier müssen wir einen kleinen Flur noch reinbauen. Der muss natürlich auch existieren. So. Dann gehen wir schön bis hier runter. So. Und dann machen wir hier jetzt zu. So hat er sich das ja, denke ich, mal vorgestellt. So ungefähr, oder? Plus, minus, geteilt sicherlich. Ja, ich denke mal, hier ist die Eingangshalle. Dann hat er hier den schönen Eingang. Ich glaube, hier können wir noch eine kleine Garage mit ransetzen. Hier das kleine Stück hier. Welches? Ja, genau. Dann machen wir das als Garage. Aber noch. Wir brauchen auf jeden Fall Holz für Schilder gleich eigentlich. Obwohl, warte mal. Ich glaube, ich habe noch Schilder bei mir in der Bude. Ganz viele. Da brauchen wir gar keine craften. Und der hat hier, glaube ich, der hat hier auch noch Schilder stehen. Der wird sich so abfacken. Der wird sich richtig abfacken. Ohne Scheiß. Vor allen Dingen, weil er einfach die ganze Zeit sagt, boah, ich baue das epischste Haus und so. Und jetzt machen wir erstmal hier so eine Scheiße. Der braucht auf jeden Fall auch Fenster. Ohne Fenster geht natürlich gar nichts in seinem Haus. Das heißt, wir müssen gleich erstmal noch gucken. Und eine zweite Etage müssen wir natürlich auch reinziehen. Ja, das gucken wir hin hier. Ich baue halt mal eine schöne Dachterrasse. So. Schön hier alles zubauen. Ich glaube, das ist das schönste Haus, das ich jemals gebaut habe. Ich glaube auch. Ich muss sagen, ich fasse mal... Wie sieht es denn eigentlich mit deinem Haus so aus? Wie weit bist du? Ja, Haus selbst habe ich ja noch nicht. Ich will mir das noch überlegen, wie ich das bastle. Ich habe da gerade noch keine Idee zu nehmen. Ich müsste mich, wenn, dann müsste ich mich komplett da hinsetzen, um das planen. Weil ich will wirklich ein schönes Haus haben. Und ich werde das so die nächsten Wochen, werde ich das so langsam angehen und dann schönes Haus haben. Die nächsten Wochen. Also Leute, zu Craft Attack 4 wird Early Boy dann auch die Planung von seinem Haus abgeschlossen haben. Ja. Wenn es dann irgendwann mal in 10 Jahren dazu kommt, dass Craft Attack 3 vorbei ist. Sprich, Early Boy braucht 11 Jahre. Bis sein Haus fertig geplant ist. Ja. Und dann baust du einfach ein Holzhaus. Weißt du denn schon, welchen Stil du machen möchtest in deinem Haus? Das verrate ich noch nicht. Ich habe schon grobe Ideen, aber ich werde es noch nicht verraten. Grobe Ideen heißt also keine Ideen. Ja, ich habe wirklich schon Ideen. Ich werde es aber noch nicht verraten, weil das ist ja sonst langweilig. Okay. So, jetzt haben wir hier was Schönes hingebastelt. Warte mal, du musst mir auf jeden Fall mal hier helfen, gerade eben mit der... Ich bin jetzt fast fertig. Mit dem Dingens. Ich will das nicht höher bauen. Weil sonst dauert das hier Stunden und Jahre und Tage. Ups. So. Eigentlich wollte ich in der Folge was Produktives machen, aber dann kommt so ein scheiß Troll, ey. Das ist immer die gleiche Kacke. Boah, da wird der sich richtig abfacken. Der hat zwar eine gute Pickaxe, aber auch das Abbauen dauert trotzdem mega lange. Ich gebe mir voll Mühe, ich mache hier gerade voll süße, schöne Tische hin. Hilfst mir lieber hier das Ding hier zu machen. Das Haus fertig zu bauen, die Wände. Ja, ja. Und hier eine Decke reinzuziehen. Hier muss noch eine Decke reingezogen werden komplett. Ja, wir brauchen ja auch noch eine zweite, das soll ja eine zweite Etage sein. Guck mal hier, ich habe schon mal vorgesorgt. Okay. Wie, warum hast du vorgesorgt, wie? Ja, Treppen. Achso. Hast du jetzt ernsthaft meine Treppen gecraftet? Ja, guck doch. Oh nein. Natürlich, ich muss ja, wenn, muss das ja richtig sein. Hier kommt die Mama auch noch zwei breit, wie sie es gehört. Dann machen wir schön, machen wir das. Guck mal, Kevin braucht fast, fast, wie lange ist Craft Attack jetzt schon, das war, ich renne da gerade, heute ist Tag 21 vom Craft Attack und in 21 Tagen hat er es nicht geschafft, sich ein Haus zu bauen und wir machen das in einer Folge. Ja, ist so. Kevin, nehm dir mal ein Beispiel an uns. Das sieht auch richtig gut aus. So, hier bauen wir eine zweite Etage rein. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ich hoffe, der kommt zu dir. Oh mein Gott, da ist ein Zombie-Villager. Da ist ein Zombie-Villager. Wo? Der ist, äh, hinter der, hinter der Mauer ist der. Hinter der Burg, uh, Gamers Time. Warum wir ihn nicht schenken? Ich glaube, ich habe gar nicht mehr genügend Kabelzott, um das fertig zu bauen. Ich habe noch so ein Betar komplett voll. Echt jetzt? Wie viele Steine hast du denn mitgenommen, ey? Mein komplett so Betar voll. Okay. Ja, aber hilf mir erstmal, das hier fertig zu bauen, bitte. Wir konnten nicht für gerade die Bittische einsperren. Dass wir, ich glaube, der, äh, aber warte mal, ich habe eigentlich alle Tränke da. Das müsste ich vielleicht, ach ja, übrigens, zur Information, äh, heute Abend Livestream und, äh, morgen 24 Stunden Livestream. Morgen geht es um 18 Uhr los. Ähm, das werde ich, denke ich mal, so oder so am Anfang des Videos noch angemerkt haben. Nur damit ihr Bescheid wisst. Öli, du bist auch herzlich eingeleitet, wenn du Bock hast. Uh, falls du Zeit hast. Achso, schade. Schade, guck mal, jetzt regnet es, ne? Und wir bauen ihm noch ein schönes Dach hier drauf. Dann fangen wir hier oben. Aus seinem Haus kann er dann, ich weiß gar nicht, was der hier vor hat. Will er hier, äh, World Trade Center bauen oder was? Ohne Scheiß, was ist das für eine hohe Fassade? Drei Etagen, instant. Ich baue mal die Garage hier hin. Ich muss mein Haus, also mein Haus will ich auf jeden Fall in 24 Stunden Leistung weiterbauen. Ich habe keine Kabelzottons mehr. Aber ich finde, das sieht bis jetzt schon ganz ganz angenehm aus. Der oben, ich wollte die zweite Etage reinziehen hier. Warte mal. Ach, guck mal, der Kevin hat ja auch ganz viele. Der behält die ja. Achso. Die sind einfach nur in einer anderen Form in seinem Haus angewendet. Ja, die sind nur in einem Abbaumuster, das hat ja so oder so. Wenn es ihm nicht gefällt, vielleicht lässt er es ja auch. Vielleicht sagt er auch, okay, das ist genau so, wie ich es haben will. Ne, und, äh, ich glaube, das ist der erste Troll, den man wirklich überhaupt gar nicht verwenden kann. Ja. Ja. Sehr schön hier ein bisschen. Decke weiter reinziehen, dann machen wir jetzt hier mal zu. Ne, soll ja jetzt auch nicht hier ein riesen Loch in der Decke drin sein. Ich baue jetzt ein Auto rein. Oh, Ali, hilf mir, die Wände fertig zu bauen, mach nicht so einen Scheiß. Hast du ein Schild? Äh, nee. Kevin, irgendwo Holz? Oh, hier sind Schilder drin. Danke, Kevin. Ja, wollte ich gerade sagen, verwende bitte Schilder, weil ich crafte jetzt nicht aus Holz noch irgendwie Schilder oder so. Dann, das wäre gut. Also die Ressourcen zu verwenden, die er da hat. Dein, neuer, fetter BMW. Nice, da freut er sich. Kevin ist total der BMW-Liebhaber. Deswegen hat er sich auch ein Opel gekauft. Ja, kann ich nicht verstehen. So, Kevin's Bonzen Garage. Schön hier zu bauen, so. Ja, Leute, so ist das. Wenn man sich mit dem Fisch anlegt, dann kommt... Der Early Boy. Ah, da kommt der Early Boy. So, schön, ich baue auch die ganzen Baufehler, die ich habe, die korrigiere ich einfach gar nicht. Oh, scheiße. Ja, es war ja auch eine Fusch-Firma am Work. Am Work. Ja, ist auch so. Am Work. Am Work. Die Fusch-Firma am Work aus England. Oh, ich habe da einen Penis hergebracht. Das wollte ich gar nicht. Das sehe ich jetzt. Lass den, lass den. Penis ist immer gut. Penis ist... Tolloloy. Ja, der Penis ist Trolloloy. Ja, sehr schön. Mein Gott, ohne Witz. Also, mir gefällt das Haus wirklich sehr gut. Ich bin schon fast neidisch darauf, dass ich mich selber hier wohne. Schade. Eigentlich, ne? Echt schade. Ich finde es auch echt nicht wunderschön. Es ist eine schöne Bude, ne? Es ist echt schön. Also, Kevin, du hast so ein gutes Haus, ne? Sei froh, dass hier die unfähige Fisch-Firma am Werk war. Ja, noch ein bisschen ausleuchten hier, damit hier keine Creeper spawnen. Wollen wir ja nicht. Na schön, ich höre schon ein paar Zombies, die hier spawnen. Nice. Ja, schön. Hat der Kevin ein schönes Dach über dem Kopf jetzt. Wunderschön. Ich würde sagen, dass wir das sogar so lassen können, oder? Ja, so grob kümmern wir jetzt so. Ja, er hat auf jeden Fall jetzt viel Wände. Hier ist noch ein Zombie-Villager. Sein Eigenheim. Wo? Ja, und? Wir haben jetzt zwei Stück. Warte, ich logg den mal noch raus. Oh mein Gott, das ist sogar ein Bücher-Zombie-Villager. Das ist ein Bücher-Zombie-Villager. Warte. Warte, ich werde ihn hier draußen mit ein. Warte mal, die werde ich auf jeden Fall nach der Folge, werde ich die mal rehabilitieren. Oh, noch ein Zombie-Villager. Hier ist noch einer. Komm, 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 komm. Die müssen mal einsperren. Warte, film mal die anderen beiden. Film mal die anderen beiden. Warte, ich mach das, ich mach das. Okay, komm. Sperr die ein, sperr die ein. Das sind zwei Stück, das ist auf jeden Fall ein Bücher-Villager. Nee, schlag die nicht zu oft, Early. Geh einfach hoch. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Genau, genau, ja, sauber, 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 sauber. Ja, sauber. Alles klar, drei Stück haben wir jetzt. Nice. Das Problem ist nur, wir müssen die voneinander trennen, weil so können wir die nicht zurück machen. Nee, ja, das fehlen wir halt, aber wir haben ja meinen. Sonst zerstören die sich selber. Sonst zerstören die sich selber. Ja, nice, Leute. Dann haben wir sogar drei Zombie-Villager gefangen. Das bedeutet eigentlich, das ist ein gutes Zeichen, oder? Wir haben alles richtig gemacht. Nette Leute werden belohnt, denn wir haben jetzt Kevin hier sein Haus fertig gebaut, fast fertig gebaut. Klar, der hat jetzt noch ein paar kleine Baufehler, die soll er aber selber beheben. Aber ich denke mal, Kevin wird sich freuen. Eine zweite Etage haben wir auch schon angedeutet, die kann er dann fertig bauen. Also der Rohbau steht, würde ich sagen, ne? Ja, perfekt. Du kannst aber hier in so einem fetten BMW-Kassler gucken, der ist echt cool für dich. Ja, warte mal, ich gucke mir den BMW nochmal an. Und dann sind wir eigentlich am Ende der Folge angekommen. Vergesst bitte nicht den Livestream, wenn ihr Bock habt, schaltet ein Twitch.tv slash Zander-AP. Link findet ihr, oh mein Gott, das ist aber ein schöner BMW. Da sieht man wieder deine Baukunft. Warte, der hat da gar keine Reifen. Stimmt, weil da hat er ja noch irgendwo Klöpfe. Hat er Klöpf? Flank hat es drauf. Alles klar, guck mal, der will schon der erste Zombie, der will schon hier fahren. Ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst eine positive Wertung da. Ansonsten schaut heute Abend auf jeden Fall beim Livestream vorbei. Und morgen, wie gesagt, 24 Stunden Livestream um 18 Uhr geht es los. Also wie gesagt, Freitag für die Leute, die das Video eventuell ein bisschen später sehen. Und da würde ich sagen, schaut auf jeden Fall beim Early Boy vorbei. Mit dem habe ich vorhin auch noch eine Folge aufgenommen, die war auch noch ganz witzig. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut da rein. Tschau. Tschau.